Diese Durchsage hören Sie das Internationale der Nutzung an. Dieses besteht aus sieben Kurzen und einem Räumtum und markiert... Hier wohnt Himmel Wüffelschabung. Bitte gehen Sie dann direkt zu Ihrer Musterstation, die sich auf Deck 4 oder 5 befindet. Halten Sie Ihre Bordkarte bereit. Die Besatzung überprüft alle Kabinen und öffentliche Bereiche, um sicherzustellen, dass alle Gäste an der Übung teilnehmen. Rauchen, Schreien und die Nutzung. Auf Wiedergebiete ist die Nutzung nicht gestattet. Direkt folgendermaßen folgen, Sie hören Sie die General Emergency Alarm. Die Signale sind sieben Kurzen und ein Räumtum. Bitte gehen Sie direkt zu Ihrer E-Sendung, die sich auf Deck 4 oder 5 befindet. Ihr E-Sendung und die Nutzung ist in Ihrer E-Sendung. Die Crew wird checken alle Kärle und öffentliche Bereiche, um alle Gäste zu teilnehmen, dass alle Gäste in der Sicherheit teilnehmen. Drainieren und die Nutzung, die Nutzung ist in der Ebene. Zuhause können Sie nicht bei Ihren E-Sendung sein. Drainieren und die Nutzung sind ehrgeizend. Drainieren Matthias, wir haben Rettungsübung. Ja, los geht's. Los geht's. Auf Deck.